Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seit dem 1.8. darf ich das Amt des Stiftungsdirektors der Berno Stiftung bekleiden. Ich freue mich sehr darüber und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen in den nächsten Monaten. In den letzten Tagen, in der letzten Woche, durfte ich bereits in den Lehrerkollegien in Rostock und Schwerin zu Gast sein, erläutern, mich einigen Fragen stellen, ins Gespräch gehen. In Lübeck wird demnächst ein ähnlicher Termin nochmal stattfinden. Und ich freue mich, wenn dann nach Schuljahrsbeginn auch mit den Elterngremien und mit den Schülergremien ich entsprechend in die Begegnung kommen kann. Heute möchte ich Ihnen auf diese Weise alles Gute für den Start ins neue Schuljahr wünschen. Ich hoffe, dass Sie gut und erholt aus den Schulferien herauskommen. Ich hoffe sehr, dass aufgrund der Gesamtlage, ob es Corona ist, ob es die Lage des Ukraine-Kriegs, Energiekostensteigerungen oder wie auch immer sind, nicht zu viele Beschwernisse für den Schulalltag innerhalb der nächsten Monate entstehen werden. Ich hoffe sehr, dass Sie alle einen guten Schulstart haben werden und freue mich sehr auf die nächsten Wochen der Begegnung mit Ihnen allen. Alles erdenklich Gute!